Hallo liebe Toko-Freunde! Schön, dass Sie sich wieder hineingeklickt haben. In diesem Video zeigen wir Ihnen das Reinigen der Grip-Wax-Zone. Dazu verwenden Sie folgende Produkte. Wax Remover, Plexi-Blade 5mm, Base-Tex. Zunächst wird das Wax mit der 5mm Plexi-Blade von beiden Seiten zur Schimitte hingeschoben. Die 5mm Plexi-Blade hat auf der kürzesten Kante eine 45-Grad-Schräge, die als Spachtel dient. Auch der Multi-Purpose-Scraper kann für diese Arbeit genommen werden. Sollten noch Spuren von Grip-Wax auf dem Ski zurückbleiben, reinigen Sie diese mit Wax Remover und Base-Tex. Jetzt werden Sie zuerst an das kannst. Werden Sie jetzt noch, sind Sie im Ski. Bist du Prbest an das können Sie, machen Sie bitte auf das Spiel zu незach Playernehmend. indiósse Sie seiten muha respekt wird auf vom shocksraum von neighbours oder sich verifiable und bleiben freundlich ist. der Brot von lawn ausmacht bzw. haines Pr嗯f bekannt, und die Kinder gerade eher tun, Vielen Dank.